Hallo zusammen und willkommen auf meinem Kanal. Erstmal wie immer vielen Dank fürs Einschalten und heute gibt es ein kurzes Wochenupdate zum Gold- und zum Silberpreis. Und wie ihr es schon mitbekommen habt, konnte sich der Silberpreis in dieser Woche etwas erholen und wir sind hier zurückgelaufen in unsere schon länger hinterlegte grüne Box. Und hier am Tageschart muss ich mit euch mal über ein, zwei Sachen sprechen, die für mich persönlich darauf hindeuten, dass wir tatsächlich nochmal weiter abverkauft werden können Richtung 18,64 Dollar. Warum? Das schauen wir uns gleich mal an. Hier ist der Tageschart im Silberpreis und ich habe hier schon mal, wie ihr es schon bemerkt habt, hier eine rote Linie verzeichnet. Das soll als Widerstand hier optisch dargestellt werden und diese befindet sich bei 22 US-Dollar. Warum die 22? Aus folgendem Grund, wir haben hier eine kurze Erholung bekommen, noch Anfang Mai diesen Jahres, sind danach mit dem Doppeltop hier am 61,8 Fibo abgeprallt und erstmal ein paar Etagen nach unten gerutscht. Und jetzt bekommen wir eben hier oder bekamen wir hier in dieser Woche so eine ähnliche Gegenbewegung, eine kurze Erholung bis hoch auf die 22 US-Dollar. Diese wurde angelaufen am Freitag noch, am Donnerstag in dieser Woche, sowie auch in der letzten Woche am 10.05. und auch am 11.05. Es war eben nicht möglich, dass wir die 22 US-Dollar nach oben rausnehmen. Im Gegenteil, wir sind hier nach ein-, zwei-, dreimal testen, auf Wochenschluss hier mit einer roten Kerze wieder aus dem Handel gestiegen oder gegangen. Und dann wollte ich mir mal die Vergangenheit anschauen, was es auf sich hatte damals mit dieser 22 US-Dollar-Marke und habe eben Folgendes gefunden. Ich habe das hier schon mal mit einer weißen Linie mal markiert und zwar sind wir beginnend am Mitte September 2021, sind wir hier einmal, zweimal, dreimal, viermal dieses Niveau angelaufen, wurden aber dort wieder seitens den Käufern aufgekauft und der Silberpreis ging nicht nachhaltig signifikant darunter. Wir hatten hier mal zwar einen kurzen Ausbruch nach unten, wurden aber am Folgetag dementsprechend gleich wieder nach oben aufgekauft und haben darüber geschlossen. In diesem Fall ist es eben nicht so. Wir stehen jetzt hier schon seit einigen Tagen darunter und jetzt wird eben so eine Unterstützung, so wie sie eben damals war, zum Widerstand. Und in meinen Augen ist es eben so, dass sich für mich persönlich rein vom Chart her sich hier eine, nach dieser Erholung von damals, eine ABC-Korrektur hier eben einleiten könnte. Ich mache es hier nochmal etwas schöner. Und zwar hier war die erste Erholung ABC, dass wir uns hier eben in so eine 123- oder ABC-Korrektur, dass wir diese eben laufen bzw. vollziehen können. Und das würde eben dafür sorgen, dass wir tatsächlich diese 1864 nochmal sehen werden in naher Zukunft. Zwar nicht nachhaltig, also längerfristig, wie ihr wisst, gehe ich von weitaus höheren Kursen aus, aber kurzfristig muss man sich auf jeden Fall dieses Szenario im Hinterkopf behalten, in meinen Augen. Denn wir müssen die 22 US-Dollar, die Trendlinie hier nach unten gerichtet, überschreiten und dann stehen wir eben wieder auch am 21,8 FIBO. Und dort scheiterten wir ja schon, wie vorher erwähnt, Anfang Mai und sind erstmal eine Etage tiefer bis zum nächsten FIBO gelaufen. Das auf jeden Fall mal im Hinterkopf behalten, auf das zum Thema Tagesbasis. Und da möchte ich kurz mal hochgehen auf die Woche. Und auf der Woche oder auf dem Wochenchart ist es folgendermaßen, wir stehen hier auf Wochenschluss überhalb der gelben 200er EMA. Und wie man hier an diesem Spike von dieser Kerze auch sehen kann, nicht Spike, sondern an diesem Docht, Wir sind hier dementsprechend auch an die 22 gelaufen, wie auf Tagesbasis eben schon gezeigt. Und wir müssten erstmal dieses Niveau überschreiten, dann diese Trendlinie nach oben rausnehmen, dann kommt das 61,8 FIBO. Und das alles in der momentanen Situation nach diesem Abverkauf sehe ich eher als unrealistisch. Ich denke aber, falls wir hier tatsächlich zurückkommen auf das 38,2 FIBO bei 18,64, dass wir dann mit viel Kaufvolumen nach oben drehen und dementsprechend es nicht mehr so schwer haben, die ganzen Widerstände hier rauszunehmen, wie jetzt. Dazu denke ich, müssen wir eben erst diese 18,64 nach unten anlaufen. Auch diese 22 US-Dollar-Marke können wir hier uns auch mal zurückziehen auf dem Wochenchart. Und zwar, dann haben wir es optisch, ist es besser ersichtlich, wie ihr sehen könnt, wir sind hier dieses Niveau öfter angelaufen, nicht signifikant unterschritten auf Wochenschluss, aber seit letzter Woche eben ging es darunter und jetzt stehen wir darunter. Und darum ist eben diese 22 jetzt erstmal als Widerstand zu werten. Der McD im Silberpreis an sich möchte weiter Richtung Süden, einen Abwärtstrend uns andeuten und der RSI hier oben steht auch auf Wochensicht bei knapp 40. Stellt sich eben raus, ob wir diese 1,2,3 oder ABC-Korrektur hier bilden oder nicht. Wenn es soweit ist, halte ich euch hier sowieso auf dem Laufenden. Und dann möchte ich noch auf den Goldpreis rübergehen. Und zwar, das ist der Wochenchart hier, im Goldpreis sieht es folgendermaßen aus. Wir haben in dieser Woche eine schöne, ja nicht allzu schön, aber eine schöne grüne Wochenkerze bekommen. Wir sind über die Trendlinien nach oben rausgelaufen und stehen aktuell zum Wochenschluss bei 1.846 US-Dollar und somit auch kurz unterhalb der roten 50er EMA. Es kann auch durchaus hier im Goldpreis so sein, dass wir hier durch die Erholung in dieser Woche nach diesem Abverkauf auch eventuell so eine 1,2,3 Korrektur sehen. Ist auf jeden Fall in meinen Augen möglich. Dann würden wir tatsächlich hier wahrscheinlich so mehr oder weniger auf die 1,9 nochmal hochlaufen. Da haben wir ja dementsprechend jetzt auch einen Widerstand. Dort durch einen Doppeltop möglicherweise erstmal wieder drehen und uns hier in eine Korrektur weiterbewegen. Vielleicht auch bis runter auf die 1.680 beim 1.680 FIBO. Bleibt abzuwarten, aber die Vorzeichen an sich erhöhen in meinen Augen auf jeden Fall die Wahrscheinlichkeit. Um das alles auszuschließen, müssten wir erstmal nachhaltig über die 1,9 wieder laufen. So wie damals in der Woche vom 31. Januar diesen Jahres, wo wir eben fast jede Woche eine grüne Kerze hier verzeichnen konnten. Ist wie gesagt reine Spekulation. Müssen wir uns noch näher anschauen nächste Woche. Und auch der McD hier im Goldpreis auf Wochensicht möchte uns weiter einen Trend nach unten hier signalisieren. Und der RSI, ja, wieder sehr interessant. Der läuft wieder zurück in seine Range, die wir ja hier zwischen der roten und der grünen Linie schon laufen, seit letzten Jahres im Juli. Wenn wir hier nochmal diese Range weiter so laufen, wie die letzten Wochen und Monate, könnte es durchaus so sein, wie eben erwähnt, dass wir erstmal hier hochkommen auf die 1,900 US-Dollar. Und dann, ja, falls wir hier im RSI auf der roten Linie schon wieder stehen, könnte es durchaus so sein, dass wir eben dann diese 1,2,3 oder ABC-Korrektur bekommen. An sich ist es abzuwarten. Ich wollte hier euch nur mal dieses Szenario näher bringen, darüber sprechen. Und die Vorzeichen an sich deuten schon mehr darauf hin, dass wir im Gold- und Silberpreis nach unserer Erholung erstmal weiter Richtung Süden laufen können. Das soll es von mir gewesen sein. Was denkt ihr die nächsten Tage und Wochen? Wo steht oder in welche Richtung geht es? Eher wahrscheinlicher nach Norden, nach Süden? Lasst es mich gerne in den Kommentaren wissen. Bis dahin wünsche ich euch noch einen schönen sonnigen, mehr oder weniger sonnigen Sonntag. Bleibt gesund, haltet die Ohren steif und es würde mich wie immer freuen, euch im nächsten Video begrüßen zu dürfen. Bis dahin, euer Michi. Ciao.